So, wir wollten eben einen Ausflug machen und die Bahn ist jetzt eben gerade von unserer Nase weggefahren, weil Madame keine Lust hatte, diese Treppe runter zu gehen, weil sie es gruselig fand. Ich habe sie dann nicht runtergetragen, weil ich dachte, komm, man hat hier keinen Megastress. Sie hat sich dann die Bahn angeschaut, die Bahn war weg. Was macht der Hund? Ja, jetzt können wir runtergehen. Das ist eine Motte, aber einfach auch von selber. Ja, das zeigt mir mal wieder, Geduld ist eine Tugend, warte, nicht ganz viel Scheiße rum. Ich muss mal hier in eine einsammeln, warte, schon, geht mal kurz hier. Super, jetzt weiter. Genau, wir gehen mal schön dran vorbei. Das ist ein Krimi. Na, komm weiter. So, jetzt mal umdrehen. So, jetzt mal umdrehen. Prima. Das ist so, es war überhaupt kein Problem. Achso, ich wollte sagen, Faktor war mal wieder mein bester Lehrmeister. Geduld und ohne Zwang und alles ist gut. Prima. 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 Pelt.